So, willkommen zurück, meine Freunde. Wir reden erst mal mit dem Idioten hier. Okay, nee, Handel wollen wir nicht. Ja, auf, komm, lauf vor. Auf, los, komm. Ich mach alles platt, gar kein Thema. Wir machen alles fertig. Eine Wespenkönigin. Klingt ja schon mal sehr interessant auf jeden Fall für so einen Gegner. Ja. Wespen. Ich mach dich schon fertig, keine Sorge. Bitte, ihr müsst meine Freunde retten. Ja, Digga, chill, ich mach das schon, man. Easy going. Picknickplatz. Okay. Ja, ja. Tschuh. Wespengefahr. Tötet die Wespen auf dem Picknickplatz. Gildenbelohnung 500 Gold. Bekanntheitsbelohnung 200. Ganz schön hoch würde ich mal jetzt was brauchen. Oh nein. Ja, ich helfe. Danke für die Rettung. Ich werde allen von euch erzählen. Ganz schön viel EP, ja. Blöden kann man das Drecks, Finette. Schade. Aber wir gucken mal, ob wir weitere Fischer töten können. Ja, mehrere gleichzeitig. Komm her, Junge, komm her, Apokalypse. Bämst. Ihr habt mein Leben gerettet. Das klingt ja voll easy. Wartet, bis die Leute davon hören. Ich verstehe. Es soll wohl nicht leicht bleiben. Zack, zack, bäm. Drecksvieh, wo ist ihre Lebensleiste? Ach, da. Alter, wie viel die aushält, ne? Komm her, du Krassel. Boah, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. So, jetzt wird's noch weggebruttet, du kleine Schlampe. Yeah. Jetzt geh noch mal ein bisschen in den Nahkampf rein, warum auch immer. Und weg isse. Easy. Hallo? Ah. So sehen Sie aus. So sehen Sie. Wie steht's in unserer Welt. Na gut, ne? Ja. Je höher eure Bekanntheitsstufe ist, desto mehr wird man eure Anwesenheit anerkennen, feiern oder gar fürchten. Um eure Bekanntheit noch weiter zu erhöhen, führt Quests durch, zeigt eure Quest-Trophäen herum und vollbringt so viele Heldentaten wie möglich. Jeder Zugewinn zur Bekanntheit wird unten am Bildschirm mit dem Symbol angezeigt. Tja. Diese Sonne-U wurde im Andenken an Jacks berühmte Siege der Schlacht der blutigen Ernte errichtet. Ihr habt eine neue Quest-Karte bekommen. Haben die mich gerade drauf angemacht? Gesundheitstrank. Ich könnte die angreifen, ne? Hey. Penner. 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 Was soll das alles? Penner. Das ist ein schreckliches Benehmen. Nein, das dürfte nicht tun. Penner. Das ist ein schreckliches Benehmen. Vergesst nicht, häufig zur Gilde zurückzukehren und mit der Erfahrung, die ihr erlangt habt, eure Stufe zu erhöhen. Um eure Stufe zu erhöhen, teleportiert mit eurem Gildensiegel, bla bla bla. Das ist ein schreckliches Verbrechen, ganz gleich wer ihr auch seid. Soll ich etwas tun? Tja, so reicht mir das eigentlich schon. Oh, halt die Schnauze, Junge. So, gut jetzt. Können wir von dir was aufheben? Zieht mich da nicht rein. Nein. Ich will damit nichts zu schaffen haben. Ja, ich wollte eigentlich böse Punkte sammeln, aber irgendwie ging das nach hinten los, ne? Schade. Grüner Apfel. Apfelkuchen haben wir aufgesammelt. Grüner Apfel. Grüner Apfel. Grüner Apfel, was das? Standardbad. Ach. Ihr habt eine Frisurkarte gefunden. Nein, danke. Gut. Hier ist noch ein Trank. Das war ein Apfelkuchen. Alles klar. Können wir eigentlich jetzt wieder zurückgehen, oder? Let's jump around, baby. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Aussichtspunkt. Und wir sind wieder im Ladebalken. Da, 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 da. Dann, Remeter. Er sucht nach euch. Er erwartet euch in der Bowerstone Terrate. Wo erwartet er uns? Oh, ein Königreich für ein Schwert. Ich war mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Und nun seht nicht an. Ich bettle, um zu überleben und werde ständig von dem Gür belästigt. Ich hätte es wissen müssen. Ihr seid mehr Möchtegern als Held. So, was ist, wenn wir mit dem reden jetzt eigentlich? Sieh dir die Vogelscheuche. Er denkt wirklich, die Leute geben ihm Gold. Mit dem Rübel gemeinsame Sache machen. Bevor ich das mache, Freunde, möchte ich sagen, es sind nicht alle Obdachlose schlecht. Viele machen das zwar Mafia-mäßig, weil sie gezwungen werden dazu. Allerdings gibt es auch einige, die wirklich auf der Straße leben. Also verurteilt nicht jeden Obdachlosen. Trotzdem machen wir das jetzt mal hier. Denkt dran, nützliche Ausdrucksmittel mit den kontextsensitiven Gegenstandplätzen. Ja, ja, komm. So, anrülpst. Wo war das? Die drei, ne? Ha, wir sind ja so witzig. Wie sollen wir den vertreiben, man? Pistisch! Tja. Echt gut, Kumpel. Wenn du jemanden nicht magst, musst du stehen bleiben und es ihm sagen. Bestimmt findest du ein paar tolle Beleidigungen. Ja, ich muss leider weg. Muss ihm noch mehr einheizen. Mach das. Hey, Stinker! Komm zurück! Ah, ja, da oben haben wir es gesehen. Wir sind ein bisschen böser geworden. Können wir die Dinger hier zerstören? Cool. Was haben wir jetzt noch? Oh, Schlüssel! Silberschlüssel. Ihr habt einen Silberschlüssel gefunden. Damit könnt ihr überall auf der Welt Truhen öffnen. Je wertvoller die Truhe, desto mehr Schlüssel braucht ihr, um sie zu öffnen. Alles klar, Freunde. Das ist doch schon mal sehr gut. Gut. Sonst noch irgendwas? Können wir hier hingehen? Zum Maze gehen wir noch nicht unbedingt. Obwohl, ne, wartet mal doch. Gehen wir. Dann rennen wir mal, Colleges. Go! Da oben müssten wir ja, glaube ich, lang, ne? Laut Quest. Wir können ja später noch hier gucken, was Sache ist, ne? Aber jetzt erst mal ein bisschen verfolgen und stärker werden und gib ihn halt, ne? Oh, mal das Schwert wegpacken am besten. Gibt's hier irgendwas? Nein. Okay, die suchen uns ja gar nicht. Hätte ich nicht gedacht. Südbauerstone. Ab in die nächste Startlage zwischen viele Quests. Ideal für uns. Hey, ihr seid neu hier, stimmt's? Nein. Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr erkennen solltet. Ist ja wie Gothic 2, ja? Bauerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Ich muss ex. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey aus Show. Behandelt sie mit Respekt. Sie ist unsere Bürgermeisterin. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bauerstone. Machen wir. So. Vergessen. Gesetze einhalten. Ja, ja, klar. Vandalismus an fremden Eigenturen wird in Städten nicht geduldet. Achtet auf die Wächter. Stopp, das ist illegal. Entschuldigung. Ihr müsst für Verbrechen zahlen. Einmal Vandalismus. Warum schert ihr euch nicht dorthin zurück, wo ihr hingehört? Ich bezahle doch. Uah, scheiße. Was habe ich gemacht, Mann? Das wollte ich gar nicht. Fall wenigstens um, du Fettsack. Yeah, yeah, yeah. Na, aber immerhin gibt es immer schön diese böse Anzeige, ne? Bleib doch mal jetzt einfach auf dem Boden und hör auf jetzt. Scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? War alles jetzt allzu schlimm? Eure Gesundheit ist auf niedrigem Stand. Habt ihr Tränke oder Essen? Habe ich jetzt Stadtverbot bekommen? Oh nein. Hab mal gerade einen Trank geschluckt. Komm schon, bitte kein Stadtverbot. Bitte kein Stadtverbot. Bitte kein Stadtverbot. Bitte, 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 bitte. Ja, momentan sieht es gut aus. Hab ich aus Versehen gemacht, mein Gott. Entschuldige. Ihr müsst für Verbrechen zahlen. Einmal Angriff, 500 Gold. Ihr müsst 410 Gold zahlen, habt aber nicht genug. Oh, scheiße. Das war dumm, ne? Also müssen wir erstmal Gold zusammenkratzen. Ich verstehe. Und wenn wir dann genug Gold haben, können wir die Schulden bezahlen und dann ist alles wieder okay. Ach ja. Master hat es dann wieder voll drauf. Deswegen müssen wir also doch in die andere Richtung erstmal irgendwie an Geld kommen. Oder Quest wiederholen geht ja, glaube ich, auch, ne? Wir gehen einfach nur eins nach links. Gucken mal, was abgeht. Ich will zu schnell böse werden einfach. Das ist ne dumme Idee. Aber das haben wir ja alle bemerkt. So, was ist hier? Irgendwie nix. Ach so. Klar, hier geht's ja wieder in diesen Dingsbumsat zurück. Ist doch ne Tür, oder? Alter, sieht aus wie ne Tür. Wir müssen nach links gehen. Links, links, links. Go to the left. Left, left, left. Hier lang, genau. Hier waren wir nämlich noch nicht. Hier kann man die Schilder lesen. Great Wood Eingang. Wollen wir doch mal gucken. Wir gehen in den Wald. Aha. Hilfe. Ah, hier können wir jemandem helfen. Los, komm her, dich machen wir auch noch fertig. Yeah. Ah, komm. So. Ihr seht gut aus. Danke. Ich trete ihm lieber nicht auf die Füße. Hühnerschreck. Alter, was ist ein Name? Hühnerschreck. Schwul, dem geht's ja gar nicht mehr. Was gibt's hier? Uh, ne Truhe. Cool. Komm, wie viel Gold? Gold, ich brauch Gold. Durch Stringverstärkung. Waffenverstärkung können an manchen Waffen angebracht werden, um diesen spezielle Kräfte zu verleihen. Wählte zuerst eine verstärkbare Waffe aus, auch im Inventar und dann die Verstärkung aus. Wurde eine Verstärkung erst einmal angebracht, kann sie nicht mehr entfernt werden. Denn jede Waffe hat eine begrenzte Anzahl von Plätzen für Verstärkung, also nutzt die Weise. Nee, das war's schon, oder was? Naja, gut, ne? Das ging ja schon mal schief. Ach, scheiße, Freunde. Ich bin doch wieder zu doof zum Spielen. Das ist der Hammer. Da vorne sind wieder Gegner, fällt mir grad mal auf. Sehen wir hier oben auf der Karte. Ja, ich beschütze euch. Bams, Bams. Dass die sich aber auch nicht wehren oder so, ne? Ah, doch, die wehren sich. So, P einsammeln. Ach, das war eine gutmütige Tat jetzt, oder was? Oh, shit. Das war jetzt eine gute Tat. Ich bin auch so blöd manchmal, echt. Hammerhart. Konnte ich aber nicht ahnen, oder? Uuuuh. Mies. Das ist ja krass. Oh, hier ist jemand abgekratzt anscheinend. Das machen wir uns zu eigen, Freunde. Was gibt's? Willenskraft Meister-Elixier. Naja, gut. Ist noch nicht so das, was ich mir erwünscht habe, aber es ist wenigstens etwas. Normalerweise hätte ich einfach mal die Quests annehmen sollen, in diesem komischen Dingsbums da, ne? Wo wir gelernt haben. Hab ich aber nicht. Auf jeden Fall darf ich wohl keinen Leuten helfen, denn das gibt wohl Moralpunkte. Wo sehe ich denn das überhaupt, wie ich gerade zu den Leuten stehe? Heldenstatus. Persönlichkeit. Unbekannter Lehrling genannt Hühnerschreck. Alter 18, gewiss Schlange. Spielverbrachte Zeit. Vergangenes Spiel, Tage 2. Dorfbewohner 1. Räuber. 3. Wespen 24. 20, Vögel 1. Kampf. Magie. Romanze. Hoch. Das geht also auch. Naja. Kneipenspiele und Drinks. Verbrechen und Strafe. Bußgelder insgesamt. Gezahlte Bußgelder insgesamt. Geld. Höchstens jemals besessenes Geld war 500. Wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Wo steht denn das? Ah. Tja, shit. Ich glaube, wir müssen eine Quest nochmal wiederholen, denn sonst stehen wir bald auf dem Trockenen, habe ich das Gefühl. Wir brauchen unbedingt das Gold, damit wir in der Stadt wieder reinen Gewissens reinlaufen können. Das mache ich jetzt allerdings auch mal. Dazu müssten wir jetzt hier ins Kloster rein. Weil es ist ja gar kein Kloster. Das ist ja... Wie heißt denn das? Unsere Gilde? Kann man das so nennen? Das Gildenhaus. Ah, verkaufen könnten wir doch. Ja, ja, verkaufen. Okay. Alles klar. Ich hätte euch ja geholfen, aber ich... Ja, ja, wir brauchen eine Hilfe jetzt schon, okay. Heldengilde heißt das Gebäude, genau. Das sieht vielversprechend aus. Oh, hallo. Ihr müsst der Junge sein, über den Maze immer redet. Verstehe nicht, was er an euch findet, aber Maze weiß das wohl am besten. Wo bleiben meine Manieren? Ich bin Dornenrose. Ihr habt bestimmt von mir gehört. Keine Zeit für Orthogramme, fürchte ich. Ich muss nach Nortolglade, ein wichtiger Auftrag. Übrigens, falls ihr wegen einer Questkarte gekommen seid, die Besten sind schon weg. Ich bin sicher, die Gilde findet etwas für euch zu tun. Hab gehört, die Küche müsste geputzt werden. Ekelhafter Mensch. Gut, Freunde, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Tschüss.